Wir starten mit der Session Aspekte der IT-Sicherheit im Kulturbereich. Dazu habe ich hier auf der anderen Seite des Konferenzraums Prof. Dr. Christian Dörr. Er leitet am Hasso-Plattner-Institut an der Universität Potsdam den Bereich Cyber Security. Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank für die Einleitung. In den kommenden 20 Minuten möchte ich mit Ihnen ein wenig über die Bedrohungslage von Unternehmen sprechen und speziell auch was im Kulturbereich vor sich geht. Und wir gucken einfach mal an, was für Angreifers es dort gibt. Eine kleine Einführung in die Vorgehensweise und auch eine kleine Einführung, wie man diese Informationen mit dem, was sie eigentlich in ihrem Betrieb tun, verbindet für eine effektive Cybersicherheit. Das ist natürlich alles nur eine sehr kürze und knappe Einführung. Morgen beginnt meine Vorlesung, wo wir das Ganze in 28 Vorlesungen in der Tiefe ausbreiten. Heute haben wir knapp 20 Minuten. Keine Frage, ich werde ein bisschen was rauslassen. Wenn wir uns einmal mal anschauen, öffentlich bekannte Cyber-Vorfälle in den letzten drei Jahren. Habe ich hier einmal eine schöne Visualisierung gezeigt. Das sind Firmen, die mehr als 30.000 Datensätze, also 30.000 betroffene Kunden verloren haben. Und da sind eine ganze Menge große Namen bei. Es geht teilweise in die Hunderte von Millionen von Betroffenen, die dann entsprechend ihre Daten losgeworden sind. Statistisch gesehen passiert etwa alle 40 Sekunden ein Cyber-Incident, ein Cyber-Vorfall. Und es ist nicht eine Frage, ob, sondern nur, wann sie betroffen sein müssen. Und da muss man entsprechend mit planen. Auch in der Kulturbranche kommt mehr und mehr das Ziel von Cyber-Kriminellen zum Vorschein. Es gibt hier eine ganze Reihe von Zielen. Ich habe hier mal beispielhaft einige Angriffe aus den letzten Jahren aufgeführt. Hier zum Beispiel ein Cyber-Angriff auf die niederösterreichischen Kulturbetriebe, wo dann entsprechend die Ticket-Plattformen nicht mehr funktioniert haben. Teilweise greifen aber auch die Angreifer die Musiktreibenden selbst an. Hier zum Beispiel der Fall, dass Radiohead unveröffentlichte Songs geklaut worden sind und die dann entsprechend Lösegeld von 150.000 Dollar zahlen sollten, damit die nicht vorher ins Netz gespielt werden. Hier ein anderes Beispiel, die israelische Philharmonie wollte in Zeiten von Corona einen Online-Stream anbieten. Der ist dann mal flink aus dem Netz gekegelt worden durch einen Angriff. Es werden aber auch die sogenannten Supply Chains, also die Zulieferer angegriffen, wie zum Beispiel eine Anwaltskanzlei, die Musiker und die Musikbranche vertritt. Hier ganz interessant, was ist dort geklaut worden? Hunderte von Gigabytes von Verträgen, von Non-Disclosure Agreements, von den persönlichen Kontaktdaten der Musiker. Das kann natürlich auch entsprechend größere Schaden haben. Und Sie kennen vielleicht alle natürlich den Sony-Hack, wo die Hälfte aller Rechner zerstört worden sind. Die Daten wurden kopiert, danach gelöscht. Was ist dort geklaut worden? Gehaltsabrechnung, Internet-Gossip über Schauspieler, unfertige Filme und so weiter. Und da hat man die Verbindung mit diesem Film The Interview gemacht und Nordkorea ist mittlerweile offiziell beschuldigt worden als der Drahtzieher dahinter. Das heißt, die Kulturbranche hat doch durchaus einige von diesen Angriffen zu vermelden. Die Frage ist natürlich, wie repräsentativ ist das? Da gibt es jedes Jahr den sogenannten Data Breach Incentry Sports oder kurz Debian. Und der guckt sich also Zehntausende von Cyberangriffen an, analysiert die, was steckt dahinter. Und das Interessante ist, dass dieses Jahr auch die Kulturbranche explizit als Sektor, der angegriffen wird, zum ersten Mal aufgeführt wird. Und dann guckt man sich an, was passiert dort eigentlich, Web-Applikationen, das heißt, auf Online-Systeme wird angegriffen, Social Engineering, Güter werden gestohlen, digitale Güter in Zeiten der Digitalisierung sind natürlich super, einfach woanders hinzutragen. Aber auch Dinge wie Cyber-Espionage, also durchaus auf dem Niveau, wo große und gut gefundete Organisatoren hinterstecken. Das Interessante ist der rechte Teil, wer steckt dahinter. Wir sehen seit Jahren einen zunehmenden Trend, dass es auch immer mehr Innentäter gibt, also Leute innerhalb der Kulturbetriebe, die dann rekrutiert werden. Und das Problem ist, dass es ungleich schwerer zu verteidigen. Wenn ein Angreif von draußen kommt, sind die Fronten klar. Wenn das jemand ist, der mir über die Schulter guckt, dann ist das noch sehr, sehr viel schwieriger vom Rahmen der Cybersicherheit. Cybersicherheit, Cyberangriffe, das ist dieser diffuse Schatten an der Wand, irgendwie so eine Bedrohung. Und da muss man was mit machen, das ist also sehr, sehr schwierig, handhabbar. Und wir sprechen hier oft vom sogenannten FUD, Fear, Uncertainty und Doubt. Es kommt nämlich darauf hin, welche Schutzmaßnahmen muss ich eigentlich machen. Ich kann natürlich in alles und nichts investieren. Ich kann eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen, bin ich dadurch sicher? Und das ist eine ganz große Unsicherheit, die man als ersten Schritt zu einer gelungenen Cybersicherheit erstmal angehen muss. Was brauche ich überhaupt? Wo sind wirklich meine Schwachstellen? Grundsätzlich ist Cybersicherheit nichts anders als die Sicherheit, die wir gewohnt sind und wo wir uns auskennen. Also die physische Sicherheit. Stellen Sie sich vor, bei Ihrem Nachbarn wird eingebrochen und Sie wollen jetzt Ihr eigenes Haus schützen. Sie gehen jetzt zum Baumarkt und Sie kaufen sich jetzt irgendwas. Was kaufen Sie sich da eigentlich? Kaufen Sie sich ein besseres Schloss? Kaufen Sie sich irgendwelche Stäbe vor die Fenster? Kaufen Sie sich irgendwie eine Überwachungsanlage? Um das zu beantworten, müssen wir eigentlich erstmal wissen, wie hat der Angreifer, wie ist der vorgegangen? Was hat der eigentlich vorgehabt? Warum ist der dort eingebrochen? Und mit diesen Informationen, was macht der Angreifer, kann ich natürlich mich selbst dann wesentlich effizienter schützen. Und nichts anderes passiert auch im Cyberspace. Da muss ich auch erstmal wissen, wer ist da draußen und was wollen die Leute tun? Und auch eine zweite interessante Lehre können wir uns hier machen. Warum wurde überhaupt hier eingebrochen? Bin ich ein zufälliges Opfer? Ist jemand die Straße runtergelaufen, hat gesehen, das Fenster war nur angelehnt auf Kipp, ist dort spontan eingestiegen. Ganz anderes Bedrohungspotenzial, als wenn jemand dort im Küchenfenster einen Picasso beleuchtet hatte und der Angreifer probiert auf jede Fälle irgendwie einzubrechen. Und genau das ist auch bei Ihnen in der Kulturbranche oder bei jedem Unternehmen derselbe Fall. Ist dort jemand, der gezielt angegriffen wird, wie zum Beispiel Sony aufgrund von dieser kritischen Satire? Oder ist das zufällig ein Opfer, der auf eine Phishing-E-Mail mal umgekehrtweise geklickt hat? Wir müssen uns also die verschiedenen Angreifertypen erstmal klar machen. Grundsätzlich unterscheidet man dort zwei Typen von Angreifern. Die unbeabsichtigten Angreifer, das sind Mitarbeiter, die Fehler machen, die versehentlich auf eine Phishing-E-Mail geklickt haben. Das passiert einfach so. Das ist eine ganz andere Art und Weise, mit Cybersicherheit dann umzugehen, als wenn man vorsätzliche Akteure hat. Vorsätzliche Akteure, die wirklich probieren, bei Ihnen einzubrechen und genau bei Ihnen. Und da gibt es eine ganze Reihe, ein ganzes Spektrum von Angreifern. Wir fangen an bei frustrierten Mitarbeitern oder Innentätern, die einfach unzufrieden sind über den Arbeitgeber, eventuell gekündigt worden sind, die jetzt irgendwas mit der Unternehmung machen möchten. Cyberterroristen, Haktivists, die jetzt irgendwie ein politisches Statement machen wollen und zum Beispiel eine Webseite kapern, um dann dort die politische Botschaft entsprechend zu platzieren. Cyberkriminalität natürlich auch was, aber zum Beispiel auch staatlich sanktionierte Angreifer oder Spionen. Wir haben es eben gesehen mit dem Sony-Hack, da war also ganz eindeutig jemand hinter mit tiefen Taschen, mit großen Fähigkeiten. Und wir müssen zuerst mal klar machen, was wollen diese Angreifer? Warum begehen die Cyberangriffe? Und dann auf mich zurückgeführt, warum würden die eventuellen Cyberangriffe bei mir machen? So, das ist der erste Schritt. Nicht alle von denen sind natürlich relevant und in Tatort-Manier müssen wir uns jetzt die Überlegung machen, das Motiv, die Mittel und die Möglichkeit. Warum will jemand hier bei mir einbrechen? Und das ist die Kernfrage, mit der Sie beginnen müssen, um Ihre Cybersicherheit zu planen. Zum Beispiel, Sie sind ein lokaler Künstler, Sie ankündigen ein lokales Konzert über Facebook, das wird wahrscheinlich nicht den Cyberterroristen interessieren. So, das heißt, Motiv ist weg, das ist kein Angreifer für mich. Problem gelöst. Und so geht man jetzt durch die ganze Liste durch und guckt sich, ist da irgendwas drin? Die Mittel, habe ich bestimmte Cybersicherheitsmöglichkeiten, die höher sind als das, was der Angreifer an Fähigkeiten hat. Dann ist es überhaupt kein Angreifer mehr, der mir gefährlich werden kann. Und so schließe ich auch entsprechend andere Angreifertypen aus. Haben Sie die absoluten Basics in der Cybersicherheit gemacht, wird wahrscheinlich so jemand wie ein ScriptKiddy, der wirklich nur elementare Fähigkeiten haben, überhaupt keine Bedrohung mehr sein. Und dann könnte man zum Beispiel diesen Branch entsprechend auch rausstreichen. Und die Möglichkeit. Wie kann jemand Zugang zum System erhalten? Was macht er dann? Habe ich da überhaupt Verwundbarkeiten? Wir sehen sehr eindeutig, auch hier können wir etwas ausschließen, indem wir zum Beispiel immer das System aktualisiert haben. Wie oft drücken wir, ach nee, Updates lieber morgen, ich habe gerade keine Zeit dafür. Aber wenn ich keine Verwundbarkeiten in meinem IT habe, dann schließe ich aus, dass jemand eine Möglichkeit hat, einen Cyberangriff zu machen. So, und jetzt für jeden von diesen Angreifertypen muss ich mir überlegen, ist da eventuell etwas da, warum diese Person es auf mich abgezielt haben könnte? Muss ich da entsprechend mit umgehen? Was für Mittel hat diese Person? Und dann entsprechend meine Cybersicherheit planen. So, diese drei M's sind also der Schlüssel, um zu verstehen, ob sich jemand angreifen möchte, aber gleichzeitig, was ich brauche, um mich zu schützen. Um sich aber auch effektiv zu schützen, müssen Sie eine Kernfrage beantworten können. Und das können auch wirklich nur Sie. Bei der Entwicklung und Umsetzung von einem Cyber-Sicherheitskonzept kann man sich inspirieren lassen, kann man externe Hilfe holen. Aber diese Frage ist nur durch Sie zu beantworten. Und die lautet, was sind Ihre Kronjuwelen? Wir nennen das Kronjuwelen in der IT-Sicherheit. Daran hapert das leider in der Praxis. Was sind diese Kronjuwelen? Das sind die essentiellen Aktivitäten, die unbedingt aufrechterhalten werden müssen. Das sind Aktivitäten, das sind Daten, das sind Kenntnisse Ihrer Mitarbeiter, das sind Systeme. Und ohne diese Kronjuwelen ist der Fortbestand der Organisation entsprechend beschädigt und kann eventuell nicht fortgesetzt werden. Das ist die essentielle Sache. Ich muss mir erst mal klar werden, was habe ich, was A, jemand anderes haben möchte, diese Angreifer, über die wir eben gesprochen haben, und B, was, wenn es mir verloren geht, ich den Laden dicht machen kann. Und das können verschiedenste Arten von Dingen sein, das können irgendwelche Systeme sein, das können Kundenkarteien sein. Wenn ich ein selbstständiger Autor bin, freischaffender Autor, sind es eventuell meine Skripte, die ich schreibe. Wenn mir die abhanden kommen, brauche ich nicht mehr morgen weitermachen. So, und für diese muss ich jetzt ein Schutzkonzept erstellen. Weil grundsätzlich, ich kann natürlich alle schützen und mir im Laden alles kaufen, was ich möchte, aber die Frage ist, ist das nützlich? Ich kann unendlich viel Geld ausgeben, aber das ist nicht der Sinn und Ziel der Sache. Sinn und Ziel und Zweck einer guten Sicherheitsplanung ist, sich zu überlegen, was habe ich, was mir schmerzen würde, wenn es weg wäre, was jemand anders haben möchte und muss diese Teile entsprechend schützen. So ist das Geld wesentlich besser identifiziert. Ich weiß nicht genau, was Sie machen. Ich habe es einfach mal hypothetisch für einen Kulturschaffenden vielleicht am Rahmen einer Bühne gemacht. Es gibt zum Beispiel Dienste, wie zum Beispiel eine Webseite, Präsenz in sozialen Medien. Es gibt vielleicht eine Plattform, wo Videostreaming einer Vorstellung gemacht wurden. Das sind klare, essentielle Punkte. Wenn die schieflaufen, geht der normale Geschäftsbetrieb nicht weiter. Es gibt aber auch vielleicht Prozesse, wie zum Beispiel ein Online-Buchungssystem. Es gibt aber auch Kommunikationskanäle, zum Beispiel mit den Künstlern, aber auch ganz subtil mit der Bank. Wenn der Kommunikationskanal zur Bank unterbunden ist und ich nicht mehr E-Banking machen kann, wie bekommen meine Mitarbeiter an der Stelle ihre Lohnfortzahlung? Da scheitert es dann. Aber auch Daten, zum Beispiel Kulturgüter und diesen großen Punkt operative Geschäftsdaten, also alles, was von der Steuer bis hin zur Gewerbeanmeldung und, und, und. Und jetzt kann ich mir überlegen, drei Schutzziele. Vertraulichkeit, die Daten sind nur durch die zu erkennen und zu lesen, die da auch dran gehören. Integrität, niemand kann die Daten verändern. Und Verfügbarkeit, die Daten sind da, wenn ich sie wirklich nutzen möchte. Und jetzt kann ich durch alle meine Kronjuwelen durchgehen und kann sagen, was könnte denn eigentlich hier passieren? Ganz konkretes Beispiel, so eine Webseite. Was könnte man probieren? Man könnte probieren, die Webseite einfach aus dem Netz zu kegeln, die Verfügbarkeit zu unterbrechen. Gut, das ist dann Schutzziel, Verfügbarkeit entsprechend gestört. Man könnte aber auch die Integrität schädigen. Das heißt, man könnte die Webseite hacken und dort irgendwelches rufschäbendes Material drauf machen. Unterschiedliche Aktoren werden sich für unterschiedliche Dinge entscheiden. Zum Beispiel meine Skriptkits, die einfach nur Schaden machen möchten oder die Cybervandalen. Die werden vielleicht probieren, die Webseite zu zerbrechen. Der Hacktivist wird eventuell probieren, irgendwelches rufschädigendes Material darauf zu platzieren. Und so weiter und so fort. Ich muss jetzt für alle Aktoren, die ich vorgesehen habe, die sind relevant für mich, kommen dann entsprechend durch meine Liste durch und sage, was könnten die mir eigentlich antun? Was würde mir wirklich schmerzen? Und ich gehe durch die gesamte Liste durch, zum Beispiel die Videostreaming-Plattformen. Das Konzert könnte unterbrochen werden. Jemand könnte da irgendwie seine eigenen Inhalte reinschmuggeln. Das Online-Buchungssystem. Man könnte zum Beispiel die Anmeldedaten klauen. Letzten Monat ganz präsent passiert bei einer Sicherheitskonferenz, wo jemand sich eingehackt hat und sämtliche Anmeldedaten von allen registrierten Teilnehmern entwendet hat. Ist natürlich A eine Riesenpeinigkeit und B auch ein Datenschutzverstoß. Und dann entsprechend auch mit Schäden und mit Strafen verbunden. Man könnte Buchungen verändern. Man könnte den Vorverkauf stören. Aber zum Beispiel auch, wenn Sie ein elektronisches Ticketsystem haben. Was machen Sie, wenn das Haus voll ist und niemand Ihnen sagen kann, ob die Tickets gültig sind oder nicht. Das ist ein klarer Angriff auf die Verfügbarkeit und von entsprechenden Akteuren eventuell eine interessante Möglichkeit, Ihren Betrieb zu stören. Konkret beim Kommunikationskanal. Man kann Daten klauen. Man kann Daten verändern. Man könnte auch die Verfügbarkeit stören, dass zum Beispiel die Mitarbeiter nicht mehr ihr Gehalt bekommen. All das sind Probleme. Die Kulturgäuter, wir haben es eben gesehen. Die Radiohead, die entsprechend die unveröffentlichten Songs geklaut worden sind. Vorveröffentlichung, da ist ein Problem der Vertraulichkeit. Man könnte aber auch die Daten einfach verlieren, sodass man sie nicht mehr hat. So, und jetzt geht man durch diese verschiedenen Dinge durch und guckt sich einfach, naja, Daten, was habe ich? Das könnte zum Beispiel ein Autor sein mit einem Buchprojekt, das könnte ein Drehbuch sein, das könnte eine Musik- oder eine Filmaufzeichnung sein. Man muss sich jetzt überlegen, was hat man, was für Schutzziele brauche ich und für die verschiedenen Angreifertypen, was kann hier passieren? Und jetzt gehe ich mit diesem Wissen in meinen nächsten Schritt der Sicherheitsplanung. Ich habe drei Kernbausteine. Das eine sind präventive Maßnahmen. Ich probiere, irgendwas zu verhindern, dass es überhaupt passiert. Ich habe detektive Maßnahmen. Ich muss mir überlegen, wenn es passiert, wie sehe ich das überhaupt, dass irgendwas schiefläuft? Und reaktive Maßnahmen, das heißt, ich muss irgendwie verhindern, dass das Problem größer wird. Und das sind die drei Kernbausteine, wie man sich jetzt überlegt, sicher zu bleiben. Und das klingt abstrakt, aber das machen Sie in jeglichem Tag von automatisch. Wenn man sich das überlegt, Sie haben eine Küche und Sie kochen mit Gas und das Feuer. Und damit das Haus nicht abbrennt, habe ich um die Kochstelle herum nichts anderes Brennbares. Ganz trivial ist möglich. Aber das ist nichts anderes als eine präventive Maßnahme, das Verhindern des Vorfalls. Jetzt sagt jeder, ah, ja, Cyber Security kann so einfach sein. Im Prinzip kein Feuer entstehen lassen. Ich habe einen Rauchmelder, der meldet, wenn irgendwas passiert ist. Und wenn es passiert ist, habe ich einen Feuerlöscher oder die Feuerwehr. Und diese drei Komponenten muss ich mir entsprechend machen. Wie kann ich verhindern, dass es zum Schaden kommt? Wenn es zum Schaden kommt, wie sehe ich den Schaden? Und wie kann ich den Schaden, wenn er passiert ist, möglichst gering halten? Diese drei Argumente gucke ich mir entsprechend an und gehe durch meinen Kronjuwelen durch und probiere aus, was kann ich jetzt machen? Wie gesagt, das ist eine Aufgabe, die Sie zu Hause machen müssen für Ihren Betrieb. Das ist absolutes Maßwerk für jeden. Aber wir gucken uns das mal mit dem Beispiel dem Verlust digitaler Inhalte an. Also zum Beispiel diese Drehbücher, die Musik- und Filmaufnahmen und Ähnliches. Schutzzielverfügbarkeit, die Daten gehen mir verloren. Warum können die verloren gehen? Was muss ich da machen? Idee ist erstmal Backup. Okay, sollte jeder machen, hat natürlich auch jeder gemacht. Finger gekreuzt. Wir sind da wahrscheinlich so gut drin, wie mit den Updates täglich wegzuklicken. Aber was könnte hier passieren? Schadenszenario A. Ich habe eine defekte Hardware. Ich habe meinen Laptop, auf dem ich arbeite. Der Laptop ist kaputt gegangen. Ich muss ihn jetzt einschicken. Was könnte passieren? Nein. Jemand könnte den Rechner reparieren, sieht die Festplatte ist kaputt, tauscht sie aus, schickt den Laptop zurück. Die Daten sind weg. Sie haben glücklicherweise ein Backup. Aber was passiert denn eigentlich mit der Festplatte, die ausgetauscht worden ist? Die kommt eventuell auf Ebay oder in den Weiterverkauf. Und das ist in der Tat schon vorgekommen. Fragen Sie mal die Zulassungsstelle Coburg, denen dann genau das Problem passiert ist. Der Rechner wurde zurückgeschickt und die Festplatte ist entsprechend auf Ebay aufgetaucht. So, das heißt, was müsste ich jetzt machen? Ich verschlüssele meine Datenträger inklusive meines Laptops. Grundvoraussetzung, Grundvorsichtsmaßnahme. Oder jemand bricht bei Ihnen ein, klaut Ihnen sämtliche Rechter und sämtliche Datenträger. Dann hilft mir Verschlüsselung, aber gleichzeitig muss ich auch noch eine Kopie außerhalb haben. Cyberkriminalität. Jemand probiert eine Ransomware, verschlüsselt sämtliche Daten, die Sie haben, legt Ihren Betrieb Namen. Sie brauchen Backups, damit auch auf nicht löschbaren Medien. Also etwas, was nicht überschrieben werden kann. Und wichtig, die Cloud ist kein Backup. Die Ransomware, die Trojaner verschlüsseln auch ganz munter die Cloud durch. Das hilft Ihnen nicht. Das heißt, Sie brauchen irgendwie eine Kassette, eine CD, ein Tape und legen das entsprechend in Ihren Panzerschrank. Welche Maßnahmen stehen Ihnen zur Verfügung? Da gibt es als Inspiration zum Beispiel vom BSI den sogenannten Grundschutzkatalog. Hier sehen Sie, es sind 4000 Seiten mit Ideen, wo man durchflippen kann und sagt, okay, das könnte ich machen, das könnte ich nicht machen. Das ist so, dass man sich alles überlegen kann und da muss man wirklich durchgehen mit seinem Maßstab, was habe ich eigentlich, was macht für mich Sinn. Und wenn Sie nachher 100 Seiten implementiert haben oder 50, ist das wahrscheinlich ausreichend, aber das kann man alles machen. So, zu guter Letzt, warum sind die Schäden von Cybervorfällen oft sehr viel höher als nötig? Zum einen, weil wir viel zu schlecht darauf vorbereitet sind und wir die allgemeinen Best Practices nicht verfolgen. Wir haben nicht die, was die Kronjuwelen sind, wir machen nicht die elementaren Sicherheitsmaßnahmen. Und ich würde mal behaupten, dass in 90 bis 95 Prozent der Fälle wahrscheinlich das Schlimmste zu verhindern wäre, wenn wir eine gute Planung gemacht hätten. Punkt zwei, wir haben kein Notfallmanagement. Wenn es wirklich dazu kommt, dass das Online-Ticketsing-System ausfällt, was mache ich den Abend dann an der Theaterkasse? Das heißt, im Vorfeld eine Planung, wenn es zum Ausfall kommt, wie kann ich mich an der Stelle retten? Das hilft dann, entsprechend Tage zu sparen. Wenn man sich guckt, das aktuelle Bedrohungsbild von der Europäischen Sicherheitsagentur und wir gehen mal hier durch diese Liste durch von 15 großen Bedrohungen für Unternehmen, sehen wir, dass die meisten sich irgendwie mit den Menschen beschäftigen. So etwas wie Malware, Ransomware und Ähnliches, die zielen alle auf den Menschen ab. Das heißt, der Mensch ist eigentlich das schwachste Glied dieser Kette, aber auch gleichzeitig der beste Schutz. Weil wenn man sich mal anguckt, auch hier ein anderer Report, der angeguckt hat, wie effektiv sind technische Maßnahmen? In den meisten Fällen sind die nützlich, aber doch nicht so nützlich, wie man das denkt. Das heißt, nur weil ich einen Virenscanner habe, heißt das noch nicht, dass ich mich entsprechend unachtsam verhalten kann. Besser andersrum, wenn Sie aufpassen, brauchen Sie auch keinen Virenscanner. Sollten Sie trotzdem haben, aber im Prinzip als allgemeine Maßnahme. Das heißt, Schwachstelle Mensch, gleichzeitig Sicherheitsfaktor Mensch. Man muss sehen, dass der Mensch viel besser ist, Cyberkriminalität, Cyberangriffe zu erkennen. Viren verändern sich kontinuierlich, wir haben Hunderttausende von neuen Viren pro Tag. Die kommen gar nicht hinterher, diese Virenscanner. Aber wenn Sie eine Fischlinge bekommen, die Ihnen entsprechend ein Suspekt aussieht, wo Sie mit gesundem Menschenverstand sagen, das kommt mir komisch vor, lieber nicht draufklicken, entsprechend jemanden warnen, das ist wesentlich effektiver als alles andere. Und zu guter Letzt, was muss man machen? Man muss eine Sicherheitskultur im Unternehmen schaffen, insbesondere in größeren Organisationen, dass die Leute sich selbst für die Sicherheit verantwortlich fühlen. Viel zu oft wird Sicherheit auf die IT abgeschoben und die Leute sagen, ach, ich brauche nur einen arbeitsfähigen Rechner. Aber jeder ist ultimativ das Einfallstor einer modernen Organisation, weil jeder die Außendarstellung hat. Jeder ist auf der Webseite gelistet, jeder ist in Online-Medien aktiv, jeder hat irgendwelche Geräte, die hier reinbringen, jeder empfängt E-Mails. Das heißt, Sie sind die Außenfassade des Unternehmens, die entsprechend angegriffen werden. Jeder muss sich verantwortlich fühlen. Und das ist das Interessante, was wir noch nicht geschafft haben in IT-Sicherheit, im Arbeitsschutzwohl. Wenn Sie fragen, wer ist hier verantwortlich für Arbeitsschutz, sagt jeder, ja, ich bin auch dafür verantwortlich in IT-Sicherheit, schieben wir das irgendwie ab zur IT-Abteilung als unliebsames Ding. Das heißt, hier Sicherheitskultur etablieren, die Leute mitnehmen und die Leute rekrutieren, da das Beste für zu machen. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und vor allen Dingen bleiben Sie sicher. Vielen Dank, Herr Dörr. Das ist jetzt, glaube ich, für kleine Kulturhäuser tendenziell etwas überwältigend gewesen. Also 4000 Maßnahmen, die man sich anschauen kann. Was würden Sie denn jetzt konkret raten? Was wären die drei wichtigsten Punkte, wenn man wirklich keine großen IT-Ressourcen hat? Was kann man tun? Kronjuwellen identifizieren, habe ich aufgeschrieben. Sicherheitskultur, was heißt das konkret? Also Kronjuwellen identifizieren und erst mal schauen, was davon brauche ich, was davon kann ich schützen. Ich denke, wenn wir an Maßnahmen reden, wäre Maßnahme Nummer eins ein wirklich gutes Backup. Viele Leute haben kein ausreichendes Backup, insbesondere inkrementelle Backups. Stellen Sie sich mal, Sie werden infiziert durch einen Ransomware, der verschlüsselt sämtliche Daten. Gut, ich greife auf das Backup zurück. Das ist aber ein Jahr alt. Oh je, das bedeutet, ein Jahr Arbeit ist an der Stelle verloren. Sie müssen sich überlegen, wie viel können Sie verlieren und wenn es maximal eine Woche ist, heißt das, einmal die Woche ein Backup machen, was dann entsprechend an unterschiedlichen Punkten gelagert wird. Das heißt, das wäre der erste Punkt. Wirklich eine super Backup-Strategie, dass ich mir auch helfen kann, aus so einem Tal rauszukommen. Und so Ransomware ist nicht ein Punkt, wo man gezielt angegriffen wird. Das ist einfach eine E-Mail oder selbst der Besuch einer Webseite. Sie können eine offizielle Webseite anschauen und Ihnen wird was durch eine Werbebotschaft nachgeladen. Das ist also kein Problem. Das ist also Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei wäre System-Updates. Bitte nicht diese Dinge wegklicken. Ich bin da auch manchmal schuldig. Das ist manchmal unbequem. Aber wir müssen die Verwundbarkeiten, das heißt diesen Punkt Möglichkeiten, dieser Angreifer-Triade, die ich Ihnen gezeigt habe, der muss weg. Wenn der Angreifer keine Verwundbarkeit hat, dann ist es sehr, sehr viel schwerer zum Opfer zu fallen. Dann braucht es wirklich einen großen staatlichen Aktor, der trotzdem irgendwie reinkommt. Aber das ist wahrscheinlich nicht das Angreifer-Profil von den meisten. Wir wollen die 99 Prozent aller Angreifer einfach vor die Tür setzen. Und das ist sehr, sehr kostengünstig zu machen. Und drittens Awareness-Training, dass die Leute sich verantwortlich fühlen für die Sicherheit. Dass gesagt wird, okay, hier ist entsprechend ein Cyber-Phishing-Versuch. Den habe ich gestoppt. Den schicke ich jetzt zur Tierabteilung oder jemand, der sich dafür auskennt oder der Datenschutzbeauftragte. Und dann werden die Mitarbeiter gewarnt. Herr Müller, Frau Meier, herzlichen Dank, dass Sie das gestoppt haben. Das war eine tolle Sache. Das hat heute zwei Mitarbeiter in unserer Unternehmung entsprechend getroffen. Sie haben größt verhindert, hier gibt es einen Kuchen für alle. Dass man entsprechend auch zelebriert, die Leute mitnimmt und sagt, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die wir hier gemeinsam machen. Wir ziehen alle an einem Strang und da gehört die Cybersicherheit auch dazu. Das heißt also auch schon Backups und System-Updates, da bin ich erleichtert. Wenn jetzt Kulturakteure konkrete Fragen haben, an wen können sie sich dann wenden? Gibt es Hilfsstellungen in Berlin oder in Potsdam, wo man sich auch vor Ort Hilfe holen kann? Also es gibt eine ganze Reihe an Informationsangeboten. Zum Beispiel das Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik hat sehr gute Webseiten. Es gibt auch das BSI für Bürger, wo es dann an die Privathaushalte geht, wo sie allgemein Cyber-Tipps gegeben werden. Es gibt die Allianz für Cybersicherheit. Also es gibt eine ganze Reihe an Hilfsangeboten, auch für den Mittelstand, wo dann ziemlich gute, passgenaue Kataloge geben wird, dass man sagt, okay, das ist jetzt der Hut, der jetzt wahrscheinlich auf die meisten Teilnehmer in diesem Sektor, in diesem Bereich einfach passt. Vielen Dank. Es gibt jetzt noch aus dem Chat bis jetzt keine Frage, nur ein Statement. Vielleicht können Sie dazu kurz was sagen. Da steht dann eben, dass Fear, Uncertainty, Doubt, also FAT, was Sie vorhin erläutert hatten, ja eher eine IBM-Verkaufsstrategie war oder ist. Sehen Sie das immer noch so? Das Problem ist, dass natürlich, wenn man zu einem Systemhaus geht und sagt, ich möchte mich jetzt cyber-sicher aufstellen, einem sicherlich das Geld aus den Taschen gezogen wird und sehr, sehr viel gerne auch verkauft wird. Ich denke, es geht darum, dass ich mich auch für die Cyber-Sicherheit selbst erstmal verantwortlich fühle, dass ich mir überlege, was brauche ich eigentlich, was ist für mich wichtig und hole dann mit diesen Informationen entsprechende Hilfe. Wenn ich mich an irgendeinen Verkaufsberater wende und sage, mach mich mal bitte cyber-sicher und Geld ist kein Problem, dann ist das sicherlich nicht der schlaueste Ansatz dafür. Es geht, wie gesagt, von den Kronjuwelen. Wenn ich da ganz konkret hingehe, ich habe die Probleme, was ist die technische Lösung dafür, ist die technische Umsetzung davon wesentlich gezielter und wesentlich sinnvoller, als wenn ich einfach nur sage, ich hätte gerne was verkauft. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020